Kohle Stoff! Klima- und Umweltgesetze haben wir geliefert bekommen. Ob die so gut sind, da kann man sich drüber streiten. Aber es läuft was. Und ich finde auch, dass wir das sagen müssen. Das ist auch unser Verdienst. Und dafür danke an alle von euch. Und da gab es, hagelte es Kritik, hat es geheißen. Was mischt ihr euch bei den Jungen ein? Lasst die doch selber machen. Wollt ihr die wieder bevormunden? Aber das Klimaproblem geht uns alle an, jung und alt. Deswegen wird die Großelterngeneration den Antrag stellen auf Klimanotstand. Musik Musik wives Musik 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 Brのは ELLE